Ein Luftschloss zum Anfassen. Das Stadtschloss ist mitten in Berlin wiedererstanden, allerdings nur als Attrappe. Die von der Pariser Künstlerin Katharine Pfeff auf Kunststoffplanen gemalte Fassade ist von heute an 100 Tage lang fast am angestampften Platz zu bestaunen. Mit dem Kulturspektakel will ein privater Förderverein für den Wiederaufbau werben. Das Berliner Stadtschloss war 1950 auf Befehl der DDR-Regierung gesprengt worden. Im Innern der Attrappe können sich Besucher in einer Ausstellung über Geschichte und Architektur des ehemaligen Hohenzollernsitzes informieren. Mit einem Volksfest eröffnen die Berliner am Abend das Kulturprogramm rund um das Stadtschloss.